hallo und willkommen zu einer weiteren folge von let's play minecraft dem live let's play hier auf diesem kanal mit mir dem kirch so wenn euch das projekt gefällt dass wir gerne positive wertung da wenn ich gern fast gern negativen da schreibt rein was euch nicht gefällt und jetzt nicht vergessen kommentieren abonnieren liken und tschüss viel spaß wir können einfach hier den machen und dann so glaube in sachsen sind noch ferien kurz überlegen ich bin jetzt der erste woche die zweite woche arbeiten ja die haben noch glücklicherweise haben sie noch diese woche glücklicherweise die sollen die schule gehen nein spaß wenn es was feines genieße wenn du sagst jetzt hast du ja nicht mehr leider aber wenn du wieder ferien hast genießen jeden augenblick da kommt das nämlich auch so machen für das haus ist das schön aber wenn man hier den anderen stand macht m brian schön dass du bei bist jetzt bin ich gerade bisschen brain auf kann nicht böse sein aber ich kann jetzt gerade dir nicht folgen ist nicht böse gemeint recht schreibt ist jetzt gerade eher schlecht rechtschreibung jetzt auch nicht die große leuchte von da ja aber das kann selbst ich kaum gedanklich mit meinem brain entziffern es tut mir leid wir haben die zäune kommt noch kurz weg kommt der hin dahin der da nein du kommst wieder andersrum sehr schön alles klar okay ist ja nicht böse gemeint gewesen es war halt nicht gerade so bombig geschrieben aber trotzdem ja das ist schön das freut mich für dich kannst du dann endlich original minecraft spielen gibt er ist halt gerade nicht so gut da kennen beim text ist ja auch nicht böse gemeint sondern kommen dann hier die nächsten slabs sind selbst alle nicht gut naja müsste ich wenigstens war eine fackel setzen vielleicht dann auch noch hier weil ich will jetzt hier nicht unbedingt alles daraus ziehen wie schon gesagt es wollen böse gemeint bin da zwar nicht gerade die größte leuchte aber trotzdem danke wenn man noch kurz den rasen hier weg auch sind heute wirklich gestalt an ich muss halt wirklich immer mal so müsste ich mir mal so und jetzt ab jetzt in den punkt bauen vielleicht nicht direkt bauen an sich eine kuppel oder so also das nehme ich jetzt mal als kompliment nein ich bin kein student ich bin ein arbeitsleben gerade auf wie viel schätzt du mich einfach mal raten einfach mal raten jetzt bin ich mal gespannt jetzt bin ich wirklich gespannt gerade einfach mal einfach mal raten nah dran aber nicht ganz nah ich bin noch nicht 30 ich bin nach 27 27 junge jahre noch was denn du kannst machen es gibt halt viele schöne ich bin jetzt gerade noch mit bei steve hängen geblieben also ich habe jetzt gerade noch keine lust gehabt mir was in technisches zu suchen ja fast ich wollte den baum eigentlich nicht verunstalten deswegen versuche ich so dezent wie möglich zu halten aber es ist halt immer so eine schöne aussicht da könnte ich halt wirklich mal so eine kleine slow motion machen schön hier langsam von hier wie sich alles langsam verändert weil der untere bereich ist ja erstmal egal da passiert nichts hat ein stückchen höher bauen ja 27 stolz wie oscar sondern kann ich dann wirklich dann hier so mal den schwenk machen jetzt bin ich drauf gekommen ist in der mädchen könnte ich ja immer so am ende streams machen was ich so alles getan hat könnte ich jetzt mal reinhauen so ist mal wieder was neu ist so kann man hier runter und wir können hier immer schön hoch da hat schon mal eine gute idee finde ich zumindest und ein profilbild gefällt mir minions nichts geht über die minions ja gerade so also mein lieblings gefällt mir bestimmt namensvetter wir müssen halt zusammenhalten wird dann bitte schon mir verraten ist ja nicht böse gemeint also kann ich dann verstehen weil ich bin sachse wir sprechen anders mit schreiben auch manchmal anders und die anderen sagen wir so bayerisch zähle ich jetzt nicht als deutschland bayern gehört nicht zu deutschland bei uns bayern ist das bayerische land tschuldigung falls du aus bayern kommst es tut mir leid falls nicht ist es okay ist sehr freundlich ich bin irgendwie so auf bayern keine ahnung bayern gefällt mir nicht zu viel weiß bier ich muss jetzt sogar mal eine kiste machen beziehungsweise sogar mal wieder eine doppelkiste für erdweist werde es bestimmt allein kann erde abtragen sie hat schon kommen die doppelkiste erdevoll muss ich auch mal kurz ausräumen hier sandstein klinz und klinz und sehr schön darf ich nicht vergessen da hast du die sachen drin okay jetzt müssen wir kurz gucken ich darf brandenburg alles klar er brandenburg sein es gibt noch einen besten sehen ich versuche wirklich hochdeutsch zu reden aber auch der dialekt er hängt aber so was von so ausräumen du hast einmal benötigen wir nicht gerade zumindest leiter auch nicht sagen können auch nicht der karte hinsetzlinge pflanze ich dann wird man schnell die du stehst gut natürlich ich grüße ich halt gerne gut dass noch keine festgemacht hat jetzt komisch gegrinst und schön gewunken aber ich grüße ich halt gerne berliner deutsch eine richtige berliner schnauze hier ach ja mein kopf vor er war sag ich bloß mal so minecraft geht immer morgen normalen info 16 uhr auch wieder hier auf dem kanal streame ich mein kraft allerdings ein modpack überraschen lassen ich finde es geil ist hardcore und überhaupt sind abnormal stark ich werde deswegen auf die sie spielen weil sonst überlebe ich da keine zehn minuten und noch ein bisschen was erleben überleben so jetzt nur dass man ja wohl ein mittel terraformi machen muss auch wenn die gute kiste hier mal rum legen die sattel die kommen was noch hier weg richtig alle vier noch hier ein jahr zufrieden ist ja auch nicht böse gemeint von uns weil nur ein sehr komischer dialekt ähm die bösen stechmücken aber schöne grüße an dich vom rhein denke mal du hast das haar vergessen oder heißt der fluss rhein mit ohne haar oder ich bin einfach gerade brain afk passiert bei mir öfters jetzt ist gegen die spring lapis blöcke bisschen platz schaffen da kommen nämlich noch ein bisschen mehr mitnehmen die stechmücken die bösen bösen stechmücken ja okay ich nehme noch eine neue doppelkiste rüber aber die wollen das auch bloß leben die stechmücken also können wir denen nicht böse sein schlange es keine asiatischen tiger mücke ist ist alles gut muss halt sogar so mein ganzes zeug mal langsam hier rein hier muss ich auch noch die lava holen meine güte noch so viel zu tun ja die böse auto korrektur also ich werde jetzt noch ein bisschen an der mauer machen ein bisschen terraforming machen natürlich gerade noch überlegen habe ich jetzt ja passt von dass man hier und dann hier noch eine kiste rein aber das kann dann spät jetzt mache ich das mal hier bitte ordnung schaffen ordnung ist ja bekanntlich das halbe leben so diamanten habe ich noch keine hohen erze gold eisen kohle volk habe ich natürlich nicht mitgenommen sehr vorbildlich und habe ich noch ein bisschen leder durch noch ein paar item frames machen kann eine gute frage nein ich spiele leider nicht auf dem server ich bin der single player das hat den vorteil dass man halt ich bin halt in ruhe spieler einen ganz entspannter ich baue so meine sachen weil jeder baut anders sagt mir nichts dagegen weil es könnte sein dass ich halt hier noch einen schönen turm draus mache hier vielleicht sogar später mal noch ein leuchtturm hinsetze die baumfarm erweitere sogar umbauen mit hoppern drunter hier vielleicht mal eine gute aber erst frei kein aquarium hier machen das kommt dann woanders hin dann leuchtturm dann ordentlichen bösen turm dunklen turm weil der bloß so hoch nach oben gezogen ist allerdings brauche ich dann noch ein paar dunkle blöcke die könnten mal ein paar dunklere blöcke einfügen also echt mal dunkle blöcke müssen her zum beispiel hier basalt zum beispiel mir fiel jetzt nichts besseres ein jetzt heißt diamantschaufel schröpfen eigentlich nicht ich muss einfach noch die kiste hier leer machen mit dem guten dreizack immer doch mit einem wir hatten ein ertrunkenen gefunden da hat einen dreizack in der hand ich hau den und ich hatte das pureste glück ever spark hatte ja spark phoenix hat er extrem lange dafür benötigt das war natürlich dann so moment wir haben einiges drinnen wir haben noch einen verzauberten bogen power 3 anbrechen bräuchte ich eigentlich nicht drauf hat man die bei infinity besser aber wenn ich die zwei versuche zu kombinieren wir nehmen jetzt mal den und wollen den drauf fallen geht ja nicht also nur den infinity nehmen und den und dann kriegt man infinity power 3 und anbrechen da fehlt aber das wichtigste mending deswegen können wir ja den in den power 4 auch nicht schlecht na gut die anderen spiel sind halt auch mal als auch ihren reiz aber ich bin halt hauptsächlich mein kraft ja fortneid wir haben ja auch mit dem spiel da steigt mein blutdruck gleich mal 180 also ich kann das irgendwie nicht ab ich weiß noch genau vor was weiß ich wie viele jahren das mal eine gruppe zahl sagen vor sieben jahren zu cod zeiten wo es alle gehofft haben dass das nächste cod oder battlefield noch realistischer wird wo man richtige bäume fällen können mit einem g zum bleichstift und dann kommt so ein fortneid spiel raus da frage ich mich warum ja schön als battle royale ist es schön und ich habe es noch nicht gespielt so am rande mal so wie es aussieht mit den ganzen spielen hier was die grenze auch noch mal kaufen battle royale ist kostenlos aber da kann man sich halt noch eine andere version kaufen die wo man normal spielen kann mit der ich habe nicht ausprobiert aber dass wir mit den skogen das finde ich nicht so schießt aus hüfte das kann man halt mal bei anderen schüttel machen wie zum beispiel ziehen